Fußball-Wettprognosen 27.10.2019 vom Proxima Centauri Autor Dr. D. Selza Mackenzie YouTube Ich habe ja soeben hier im YouTube-Livestream die Fußball-Wettprognosen für den heutigen 27.10.2019 abgegeben und ich kann Ihnen eigentlich aus Erfahrung dringend raten, gehen Sie noch schnell ins Wettbüro und setzen diese Wetten in den entsprechenden Kombi-Wetten um. Ich bin sicher, dass der größte Teil der Wetten gewinnen wird, denn ich habe inzwischen eine erhebliche Auseinandersetzung mit der Verskränkung auf dem Proxima Centauri gehabt, denn die Prognosen für den gestrigen Tag waren unter aller Sau und die Verskränkung hat mir versprochen diesmal wird es was, es soll sogar ganz dick etwas werden, kein Wunder, wenn die Wetten alle richtig sein werden, gibt's einen Haufen Muss. Zu der Verskränkung möchte ich noch sagen, darüber können Sie einiges lesen, müssten aber sich eben ein von mir veröffentlichtes Buch für 9,80 Euro kaufen. Ich mache jetzt hier keine Werbung für den Abverkauf meiner Bücher, da ihr sie alle bei Amazon.de kaufen könnten, aber es geht hier speziell um die Bücher, das Königreich, Punt, Arata und Baktrien, also Biografien meiner Verskränkung, die vor 3500 Jahren schon mal der Ehemann der Königin von Punt, auf Punt liegt gegenüber Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen, zu war aber es einfach nicht mehr ausgehalten hat, weil die Königin von Punt den ganzen Tag nur Kuchen gefressen hat und so dick war, dass sie im Königspalast nicht mehr durch den Türrahmen passte und deshalb die Türrahmen alle verbreitet werden muss. Ich hab es in der Verskränkung ja selbst miterlebt, als ich zu Besuch im Königreich Arata, auf am persischen Golf, zu, zu Besuch war und morgens um 6 Uhr ein Riesenkrach auf dem Hauptstadtplatz stand, stattfand und ich mich beschwerte, aber die Krachmacher waren damals die Babylonier, die in Arata eingefallen waren und unseren König von Arata kurzerhand in den persischen Golf geworfen haben, obwohl er nicht schwimmen konnte und dort leider ertrunken ist. Ich bin damals nach Baktrien, auf heute Nordafghanistan, geflohen und war somit in Sicherheit, aber das ist ja nur alles Vergangenheit und schon fast 3500 Jahre her. Trotzdem glaube ich an die Verskränkung, dass sie heute die richtigen Fußballspiele ausgewählt hat und es zu gewinnen kommen dürfte. Überlegen Sie also, ob Sie der Sache trauen, vielleicht sagen Sie auch, ich hätte vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber das werden wir dann morgen sehen, wenn Sie die heutigen Fußballergebnisse miterlebt haben. Wenn Sie die Wettbewerb wie gesagt, aber es gab nicht mehr Tassen.